Der Live-Radio-Wochenrückblick Pünktlich zum langen Wochenende schüttet's wie aus Kübeln. Viele fahren gen Süden, wer will's ihnen verübeln? Zu Christi Himmelfahrt stell' immer jedes Jahr die Frag, was denn da gefeiert wird. Da rückt einmal die Schützen und die Musik aus, es ist halt der Feiertag. Seit dieser Woche fix die Maske ab Juni pausiert und Van der Bellen noch einmal als Präse kandidiert. Seine Fans, die wollen ihn drücken, Achtung, sage ich, denn der Bart kann ganz schön stechen. Ja, aber nicht mich. Zum Fußball-Jahr für Wacker ist der Profi-Fußball aus. Tirol reißt dafür derzeit die WSG heraus. Gewitter gab es auch bei uns, heftig wiederholt. Wie entsteht so ein Gewitter? Der Gott, der spielt Bowling und wenn er alle Kegel umwirft, dann kommt wieder die Donner und dann hat er einen Strike gebohlt. Das war's, liebe Tiroler. Diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche Live-Radio hören, seid's vorne mit dabei. Das war's, liebe Tiroler. Das war's, liebe Tiroler. Amen.